Brrr, da frischst du mich ja schon beim Hinsehen hier. Hallo, Artists, just Artists. Was ist das? Oh, wir können was. Wenn es knallt, ist es der Gin von Laurie. Ah, ne. Ja, okay. Dann hat sie auch Pain Resonance. Safe. Der zweite Held kommt zur nächsten Rettung. Oh. Oder auch nicht. Oh, das ist das. Komm, komm jetzt. Ignorieren Sie mich halt. Ignorieren Sie mich halt. Ist okay. Ist okay. Oh. Oh. Doppelierer. Oh. Okay. Oh. Okay. Ah. Oh. Oh. Durch den Merck, wegen keinen Resonanz. Neat. Das ist halt Barbecue. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal mithelfen. Oh, fuck. Chill, warte, 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 warte. Chill, bring sie hier weg. Es ist niemand da. Geh weg. Und auf geht's. Achim. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Last Sereno. Ich werde so Vögel hier herschießen. So, dann wird man so mit schlafen. Ich kann das mal gucken. Jetzt seht ihr, ich merke, das Spielen hatten wir eben schon mal. Komm schon. Beide Teure hier drüben, ne? Ich möchte die Raben jetzt herschießen. Okay, das war aber anders als gedacht. Oh, no way out. Natürlich werden wir da nicht rauskriegen. Die Teure sind echt nah beieinander, das ist nicht gut. Was blöd ist, wenn sie ihre Führung hierher schießt, dann kommen die auch genau in der Linie her. Okay. Das wird schweres. Komm mit. Meg, geh ans Tor. Nein! Güell! Güell! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Die hat fast dasselbe Bild wie ich, aber auch nur fast.